willkommen zu einer weiteren folge fort bei uns hier auf dem kanal sofort und gleich jo leute schauen wir doch einfach mal hier rein in den aktuellen shop ich muss ihn ja auch noch mal aufmachen das sind skins ich krieg die krise du hast erstes mädel findest du ja finde ich gar nicht das ist ein punkt was ja das ist mit was du denn nein es ist wirklich so ich mag ich mag das kinder weil ich keine ahnung gleich ich habe keine ahnung nein hast du das ding das ist ziemlich soll ja vielleicht mal die mit meinen skins pass auf ja toll aber die kosten auch dafür dann 20 euro so ja die kostet 15 ja ist egal trotzdem ist ich finde die sieht echt cool aus und gut ich würde sie jetzt nicht unbedingt spielen ja aber kaufen aber aber sie sieht cool aus also für mich sind es auf jeden fall 7 von 10 und da haben wir den männlichen der sieht noch beschissen aus nein das sieht auch ziemlich mega cool aus ein punkt das ist denn los 8 von 10 höh doch ich finde den mega 10 10 11 jetzt genau gehen wir mal bei der lift luft rettung hammer teil also ich finde es also heute ist es mega krass der shop hier nein doch ich finde es bis jetzt was ich gesehen habe hier echt mega geil ja luft rettung von mir auch 10 von 10 okay die picke das sieht auch schlimm aus mit einer knochen säge da unten ziemlich cool also ich finde die idee ist total nice hier hat man dann noch unten den aufgeblasenen handschuh am unteren ende ich finde das ding auch cool 7 von 10 2 von 10 habe ich gesagt ich sag 7 von 10 dann haben wir das nächste set wildcard 10 von 10 und hier wieder mal ein von 10 7 von 10 oder 8 von 10 ich finde den mega so von 10 die willst du mich veräppeln diesem kotz grünen hässlichen ding hast du im astronauten anzug gibst du vier von jahren und dem anderen gibst du ein oder zwei von zehn bist du eigentlich hast du irgendwas genommen was ist bei dir los was das ding das ding sieht so scheiße aus mega geil das ding sieht sowas von scheiße aus vier von zehn also dem ding gebe ich tatsächlich gut es ist halt kein aus deswegen ich gebe zwei von zehn also das ding finde ich dass das ist abartig und der hook mega geil 9 von 10 die punkte ich also nur weil es wirklich sehr auf nein nein kein eindruck kein eindruck gibt nur weil es aufwendig gemacht wird das haben sie sich selbst eingebaut du gibst null punkte ich gebe ich gebe vier punkte drauf was aber ich finde das ding grausam also liebsten würde ich jeden killen in dem spiel der das ding macht also ich hasse aber es ist halt wird es ist schon also ich gebe dem ding 0 von 10 war tag so gerade 0 von 10 ich habe mich auch schlimm also auch ein von zehn also wenn in der schluss heute wieder aufhören würde ich mich sehr bei liken abon kommentar von bis zum anderen und tschüss tschau